Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Ja, ich bin relativ allein. Ihr seid relativ allein, wir sind alle recht einsam momentan. Aber keine Angst, es gibt immer noch sehr viele Sachen, die man momentan machen kann. Ich habe das selber sehr früh gelernt mit Einsamkeit umgehen, als meine Ex damals zum Beispiel Schluss gemacht hat. Also bevor sie meine Ex war, hat sie mit mir Schluss gemacht und ist dann meine Ex geworden. Jedenfalls hat mir dann ein Kollege vorgeschlagen, dass ich ein Buch dabei haben soll. Wenn man ein gutes Buch dabei hat, ist man nie allein. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass es nicht reicht, wenn man es einfach nur dabei hat. Man muss es halt auch lesen. Ich bin nicht so die Leseraten. Das ist für die Leseraten hier aussen ein guter Tipp. Ich habe es mit anderen Sachen probiert. Ich habe auch einen Tipp bekommen, dass man sich einfach einen Duden kaufen und den durchlesen, von A bis Z. Wenn man jedes Wort einmal durch hat, dann hat man ja schliesslich alles schon mal gelesen und jedes weitere Buch ist dann wie eine Art Remix von diesem Originalbuch sozusagen. Natürlich auch nur theoretisch. Und für die Einsamkeit hält es auch nicht wirklich, wenn man mit dem Duden z.B. im Zug sitzt. Da setzen sich Leute eher weg. Nur so Integrationsmitarbeiterinnen sind interessiert, weil sie meinen, man sei neu in der Schweiz. Andere Sachen, die man auch momentan machen kann, ist zum Beispiel einen Horrorfilm schauen. Halloween war gerade gerade. Das ist ein guter Tipp für Leute, die sich einsam fühlen. Denn nach einem Horrorfilm fühlt man sich meistens nicht mehr ganz so allein. Man hat das Gefühl, es hat noch irgendjemand sonst im Haus. Das ist natürlich auch nicht die beste Möglichkeit. Eine sehr gute Möglichkeit, was man momentan machen kann, auch mit allen Einschränkungen, sind Pizza-Partys. Das mache ich regelmässig, auch jetzt noch. Und zwar gehe ich einfach in die Migros. Dort beim Take-away z.B. machen sie meist grosse Pizza, die dann so in Stück unterteilt ist. Dann bekommst du das Stück und gehst normalerweise irgendwo essen. Aber wenn man nicht geht und dort bleibt und zuschaut, wie alle anderen Leute, die Nachteile kommen, von der gleichen Pizza auch ein Stück bekommen, dann fühlt sich das schon ein wenig wie eine Pizza-Party an. Und zwar, der Vorteil ist kein Smalltalk, kein Körperkontakt, wird alles eingehalten. Was man natürlich auch machen kann, im Chor singen. Das ist momentan auch immer noch möglich. Jedes Mal, wenn euer Lieblingslied im Radio kommt, einfach laut mitsingen. Und dann kann man sich so vorstellen, wie man mit allen anderen Leuten, die gleichzeitig auch diesen Song singen, einen grossen Chor bildet. Der wahrscheinlich schrecklichste Chor der Welt. Das ist immer noch klar. Das ist immer nochEEP. Das ist immer noch leer. Wir haben noch eine gute Frage. Vielen Dank.